Alex! Wo ist das Auto? Hi, was geht? Alter, alter, hi! Was geht? Haben wir jetzt echt ein Auto gekauft? Ja, wir haben ein Auto gekauft. Haben wir ein Auto gekauft? Und sie heißt die dicke, äh... Wie hieß sie? Die dicke Helga. Die dicke Helga? Ja, geilo. Die dicke Helga ist rot und dick. Oh, ist sie geil? Ja, wuch! Die ist wunderschön, oder? Die ist wunderschön. Wir müssen sie lieb haben. Wir müssen sie lieb haben. Die ist heiß. Die ist sauerheiß. Das ist ein heißes Miststück. Komm. Ich glaub's noch nicht wirklich. Alter, ist das geilo. Das ist ein sehr gutes Schnüppchen gewesen. Ey, das ist der Wahnsinn. We have a car! Man kann's halt voll umbauen. Mega praktisch. Ja, das ist sauerpraktisch. Jo, was geht's? Ist das deutsch? Ja, Mann. Lenny, hi! Wir haben das Bett gewinnen, während wir wirklich mit vier Leuten fahren können. Das waren keine Kopfstützen. Wir müssten uns irgendwie noch über das Internet holen. Die Hupe geht nicht. Das ist ein bisschen doof, das haben wir später gemerkt. Könnt ihr das reparieren, der Hupe? Komm, probieren. Ja, geil. Okay, morgen noch 8? Bis zum 11. Wir haben auch ein cooles Radio drin, was über AUX und Bluetooth und was weiß ich nicht geht. Ja, geil. Bisschen T4 und freche Leber. Beste Leber. Beste Leber. Wir haben halt eine Anhängerkupplung, was ziemlich, ziemlich geil ist. Wir können uns jetzt mal so einen Schlafwohnwagen holen. Wir dürfen komplett Anhängerstil bloß erfüllen, was eigentlich eine extra Früge machen. Es dauert jetzt halt ein bisschen was umzubauen, deshalb mach ich's nicht. Ich kann das ja morgen mal zeigen. Ja. Wir sind jetzt kurz vorm Losfahren. Aus dem letzten Hostel raus und es geht jetzt endlich mal ab. Los aufm supergeilen Roadtrip mit den geilen Jungs. Miss go! Walk your dress Girl. Bye! Mac relation Wir sind jetzt auf der ersten Raststation. Hey Leute, ich hab richtig Bock auf unseren Boot. Das wirkt so gut. Wir sind jetzt gerade hier gestrandet, mitten im Nirgendwo auf einem Weg. Also wirklich gestrandet, einfach im Sand stecken geblieben. Guckt euch diesen Weg an, wie krass der einfach ist. Das ist so heftig. Jetzt wie in so einem Horrorfilm. Licht aus, Licht an, steht da jemand. Aber dann nicht mehr. Oh Gott, das liegt flackert. Was ist das da vorne? Bestimmt. Ich hör die. Ich hör die. Da ist sie auch, ne? Das ist wie bei Breaking Bad, die Flieger. Ah, da ist sie. Kein rotes Blut, die hat schon jemanden gestachelt. Ich hab aber noch eine. Ja. Mich liebt es auch schon überall. Ich will nicht sterben. Da kraxelt gerade irgendwas oben auf unserem Dach rum. Da haben wir alle Fenster zu. Ja. Das ist gerade schon das Fenster. Da. Alter. Eine Libelle. Eine verkackte Libelle. Wie fett ist die denn? Oh. Alter, wo sind wir hier gelandet? Im Fargen Jurassic Park? Boah, guck mich die mal an. Ach du Kack. Gleich kommt T-Rex. Also ich bin heute einfach hier im Auto. Fuck mich nicht ab. Oh, scheiße. Okay, wir steigen alle da durch aus. Ja. Ohne ich. Wer hat Licht? Jeder hat seine Taschenlampe, sein Handy. Ich hab sogar zwei Taschenlampe. Und was zu trinken, jeder. Also sind wir? Ja. Ich hab Licht an, Alex. Du kannst das Licht ausmachen. Ich geb euch die Lampe, dann könnt ihr schauen, wo ihr hintretet. Gibt's nur zwei Sekunden, ich brauch mein Handy. Ich brauch mein Handy. Kannst du mal leuchten? Ja, natürlich leuchte ich dir. Banane und Handy bewaffnet. Oh, fuck. Habt ihr einen Flüttel vom Auto? Ja, ich hab da. Ja, gut. Ja, ich hab das recht. Geht mal in der Mitte, ne? Nicht, dass ihr irgendwie... In der Mitte ist es am anstrengendsten. Ja, das ist riesig. Wir wissen nicht, wie weit der Weg ist. Ich würd eigentlich nicht in der Mitte gehen. Wir machen immer nur einen Lampen. Ja. Das reicht voll und ganz. Ich hab noch meine Powerbank mit. Ich weiß nicht, wie wir akten die Hand haben. Ich weiß nicht, wie wir akten die Hand haben. Sobald ich die Geräusche, was ich groß anhört, mach das Licht aus und bin dann ruhig, damit ich einmal hören kann, was das ist. Ich hab nämlich echt keinen Bock, dass wir uns hier... Das ist okay. Machst du auch Schlangen und sowas am Boden? Schlangen sind im Moment nicht unser Weg. Okay, gut. Aber spinnen. Ich kann wahrscheinlich, dass ich hier draufgehe, in der Mitte in Australien. Ich hab immer so einen Glück. Perfekt. Was sind wir hier am Boden? Ja. Jeff's down. Kippen auf dem Weg. Kippen auf dem Weg und so. Er ist gut. Ja. Ja, wir sollen oben drauf. Ja, auf der Top. Auf der Top. Okay, okay. Alright, ich mach das mal. Ah, perfekt. Sour on, Kaisel Bumpy. Ja. Ja, geil, ja? Ja, ich scheiße. Wir haben auch so ein Riesen. Und ich mein, das ist doch noch geil. Oh, die Scheiße. Genau deswegen mach ich so ein Scheiß. Leute, jetzt mal wieder nice mit euch. Ja, ist geil. So, wir sind die, uns sind lappen überhaupt. Wuhuuhu. Wieso haben wir ja nicht einfach so ein Bavo-Auto, da würde ich nur noch auf dem Dach mitfahren. Ja, es ist großartig. Jetzt wird es hart. Ja. Wir können einen Push von der anderen Seite. Und... Um... Ich kann einen Hohen-Moi-Bunnen. Ich kann einen Hohen-Moi-Bunnen. Oh, ja. Ich kann einen Hohen-Moi-Bunnen. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja. Das sind unsere Hohen. Danke. Ja. Danke. 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 Danke für alle. Ja. Es ist Essen, oder? Nein. 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 Wir sind nur dumme. Das ist kein Problem. Wir sind nur dumme. Okay. Ich feiere, dass wir hier stecken geblieben sind. Ich nehme alles zurück. Best Idee ever. Mach mal wer hier die Tür auf. Boah, war das lustig. Geil. Leute, steigt mal ein. Die wollen hier durch. Ich weiß, wir haben ein Kino. Ein Studio? No, of course not. Ja, gut. Ich habe noch ein bisschen Zeit im Auto. Ja, geil. Das waren die Keks. Thanks. Macht mir mal ein bisschen Freude. Thank you. Bye, you too. Geht Gas. Mach mal das Licht aus, bitte. Sonst sehe ich jetzt nichts. Einmal Licht wieder aus. Es war viel zu geil. Ja, Mann. Es ist echt entspannt hier. Ich fühle mich so richtig arm. Ich bin richtig arm.